Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop gibt Ihnen jetzt die Gelegenheit, eine erstklassige Espressomaschine zu kaufen, und zwar zu einem einmaligen Preis. Es ist Satrap Espressovap. Der perfekte Frischwasserautomat macht jedem seinen Lieblingskaffee. Vom aromatischen Milchkaffee bis zum starken Ristretto, und zwar jeweils eine oder zwei Tassen aufs Mal. Das Frischwassensystem hat sich seit Jahren in der Gastronomie bewährt, und zwar weil jede Tasse mit frischem Wasser zubereitet und nur so viel Wasser erhitzt wird, wie es auch braucht. Ein weiterer Vorteil der Espressovap ist die praktische Dampfdüse für eine schnelle Zubereitung von einem Schäum, einem Cappuccino, einem Tee, einem Bouillon oder einer heissen Milch. Diese Espressovap gibt es bei Coop zu einem Preis, der für diese Spitzenqualität absolut einmalig ist. Auch das Glätten wird wieder in Schritt leichter und schneller, dank dem neuen Satrap Dampfbügelise, der mit verschiedenen Extras ausgestattet ist. Dieser leistungsstarke Dauerdampfstrom kann auch verstärkt werden mit einem wirkungsvollen Dampfstoss. Das ist besonders praktisch für die Bügelfalten und für die Zäume. Und dank dieser eingebauten Spritzvorrichtung kann man auch die Trochi-Wasche gut anfüchten. Hier im transparenten Wassertank kann man feststellen, wie viel Wasser das jetzt im Bügelise noch vorhanden ist. Und weil man noch enthärtetes Wasser nehmen sollte, liefert Satrap dazu auch gerade noch den schnellen Enthärter. Das neue Satrap Dampfbügelise gibt es bei Coop zu einem ausserordentlich günstigen Preis. Die Espresso-Maschine von Satrap und Satrap Bügelise sind zwei tolle preiswerte Geschenkideen. Aus solchen verwöhnten Ländern kommen die Mondialfrüchte. Darum haben sie das ganze Jahr Saison und sind auch darum so beliebt für die Zubereitung von feinen Fruchtdesserts. Gerade jetzt offeriert ihnen Coop vier verschiedene Mondialfruchtkonserven, besonders günstig. Und jetzt habe ich noch eine Mitteilung für alle Einwohner von Savenwil im Kanton Aargau. Dort geht morgen Morgen ein neues Coop-Center auf. Nebst dem bekannten Coop-Sortiment hat sie in dieser Verkaufsstelle auch neu eine Metzgerei. So, und jetzt schauen wir noch die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Probieren Sie doch einmal Harttöpfel mit einer feinen Füllung aus Käse, Lauch und Quark. Pro Person ein bis zwei Harttöpfel schellen, halbieren und in wenig Salzwasser knapp garkochen. Den Lauch in feine Rädchen schneiden, im Anken dämpfen, ablöschen und fünf Minuten zudeckt kochen lassen. Den Harttöpfel aushöhlen. Das Ausgehöhlte zusammen mit dem Lauch, dem Käse und dem Quark mischen, würzen und füllen. In eine Gratinform setzen, ein bisschen Käse drauf, ein Ankenflöckli und zum Schluss ein Deziliter Bouillon in die Form gießen. 20 bis 25 Minuten im Ofen gratinieren. Die feinen gefüllten Harttöpfel servieren wir mit Salat. Sie sehen, es ist nicht schwer und das Rezept steht ja in der Coop-Zeitung. Einen guten. Das wäre es gewesen. Wir danken fürs Zulagen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es die Espressomaschine Satrap Espressowap statt für 379 Franken für nur 279 Franken. Und das Dampfbügel in Satrap Vapor statt 69 Franken für nur 55 Franken. Ein Weihnachtsstern mit mehreren Blüten für nur 4,50 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 1,8 Kilo USA Vitaminreis statt 3,60 Franken nur 3,20 Franken. Mondial Fruchtkonserven, Pfirsich, Bier, Ananas oder Fruchtcocktail ab zwei Dosen nach Wahl ist jede Dose 50 Franken günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Vollwäschmittel Niaxa statt 15,90 Franken nur 13,50 Franken. Feinwäschmittel Doranda statt 7,50 Franken nur 36 Franken. Gewäbverrädler Teddy Dose Konzentrat statt 3,90 Franken nur 92 Franken. Zwei Kilo Navelinas Orange nur 32 Franken. Auf Wiedersehen miteinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017